wisst ihr dieses jahr fliege ich wieder in den urlaub und das ist was besonderes denn letztes jahr habe ich einmal ausgesetzt und ich muss sagen das ist ein ziemlich großer deal für mich weil ich habe 2019 das letzte mal geflogen bin 2020 nicht geflogen aber nicht wegen der corona pandemie nein wegen was anderem 2019 hatte ich einen ausrast am flughafen wurde aggressiv und ich habe mir geschwört nie wieder zu fliegen aber letztes jahr bin ich nicht geflogen und hatte depression also ich sehe da einen zusammenhang und was soll ich sagen ich habe lieber stress am flughafen und werde aggressiv anstatt depression zu haben also wünscht mir glück dass ich diesen flug gut überstehe und man sieht sich im nächsten video und vergesst nicht ängste muss man auch überwinden manchmal